Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug Ich hab auf der letzten Hip-Hop-Party den DJ gefragt, ob ich hier meinen Blasen kann Er so was, ich so spiel mal was von Mach du Bastard Ich hab hier schon viele Texte geschrieben Überzeichnet, überspitzt, übertrieben Du willst wissen, wie dein Koto ist Also öffne ich die Ich wach mit nasser Hose auf Und hab gleich wieder Bock auf Dark zu Ich geh ballern Und schlag zu, wenn mir keiner was ins Glas tut Digga, versteh ich's jetzt nicht falsch, aber das nervt mich als Todes, Digga Ganz ehrlich, ist mein Album Ja, ich bin jetzt nicht im Studio, ich kann heute auch wirklich nicht Guck mal, wie wir klarkommen mit der Welt Lass uns etwas Schönes kaputt machen Priss oder stirb, das neue Album Von Mach von kommt am 11.11.2022 Meine Ex-Frau ist Platz 3 auf meiner Huhe, so ein Top 10 Welchen Platz belegst du wohl? Ich hab euch ne Liste dafür, ich knipse euch das Licht aus, friss oder stuf Ist echt wahr, ich häng nur mit so Stars rum, ich bin ne riesen Party Ich war schon mal in der Bravo und im Bett und wir im Magazin Ein Meister aus Kreuzberg Ein Meister aus Kreuzberg Ein Meister aus Kreuzberg Herzlich willkommen in 361 Es ist nicht mein Job, gut auszusehen und teure Uhren zu tragen Meine Jungs klauen die Farbe und gehen U-Bahn-Bemann An jeder Tür in Tür stehe, der mich kennt und liebt Warum fick ich immer raus? Warum bist du immer frech zu mir? Ich mach grundlos Kunst, ich bums wie ein Asi und Nehm länger Drogen als der Club 27 Mama kann's gar nicht fassen Mit Crystal F echt, werd mal langsam erwachsen Schlampe Mann, ich versteh euch echt Ich versteh eure Reaktion Der hat gesagt, ich komm und fick euch jetzt Und jeder ist ein Hurensohn Es ist Nacht Gibt uns ewiges Leben Gibt uns noch einen Tag, wenn die Nacht vergeht Es ist Nacht Gibt uns ewiges Leben Gibt uns noch einen Du sagst mir nicht, was ich machen kann Oma denkt, ich häng oft nach los auf der Straße Ich denk an dich und gönn mir sieben Gänge Drogen, du kacke BITCH Erwarte nicht, dass es so weit was Besseres gibt Es geht nicht noch besser als ich Komm und verbessere mich Gut, Bert Jetzt hat die DDR natürlich nichts mit diesem Verfahren zu tun Die wollen dich nur ganz allgemein Weil du sonst wieder gebotest in ihrer Datei eingestellt Und der Planet dreht sich weiter Ein neuer Strich auf der Leinwand Es geht in mir, lebt man Es geht Fotze Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.